Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der RE-MAX News. Und das ist unser erstes Thema. Viel wird darüber berichtet. Die Immobilienpreise steigen ja. Nach einer kurzen Verschnaufpause hat der Wohnungsmarkt im vergangenen Jahr wieder zugelegt. Die Preise haben sich in den letzten zehn Jahren beinahe verdoppelt. Bei den Einfamilienhäusern gab es hingegen einen Einbruch bei den Verbücherungen, was die Preisdynamik aber nicht beeinflusst hat, denn im letzten Jahr ist die Preissteigerung bei Häusern doppelt so hoch wie im Zehnjahresschnitt. Mehr darüber erfahren Sie jetzt. Laut RE-MAX Immospiegel hat sich die Anzahl der verkauften Wohnungen in den letzten Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Im Jahr 2020 waren es 50.386 Verbücherungen in Österreich. Die Preise haben nochmals um plus 4,3 Prozent zugelegt. Das Vorjahr war geprägt von Unsicherheit. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnungseigentum geführt und das bei einem in vielen Regionen spürbar rückläufigen Angebot. Die Immobilienexperten von RE-MAX gehen davon aus, dass noch im heurigen Jahr das Angebot an Eigentumswohnungen wieder steigen wird. Dies wird in weiterer Folge dazu führen, dass die Preiskurve abflacht bzw. in vielen Regionen die Preise sogar nachgeben werden. Nichtsdestotrotz bleiben Eigentumswohnungen für die Eigennutzung, aber auch als Anlageform und zur Pensionsvorsorge weiter begehrt und vor allem empfehlenswert. Die Verbücherungszahlen am Einfamilienhausmarkt waren 2020 hingegen stark rückläufig. 10.723 verbücherte Häuser im vergangenen Jahr bedeuten ein Minus von exakt 1.200 Stück bzw. Minus 10,1%. Betroffen von diesem Mengeneinbruch sind alle Bundesländer. Keines verzeichnete einen Zuwachs. Den Preis für Einfamilienhäuser hat diese rückläufige Entwicklung nicht berührt. Für das typische Einfamilienhaus bezahlten den RE-MAX-Experten zufolge die Käufer 2020 im Schnitt 277.271 Euro. Das sind somit um plus 25.400 Euro mehr als 2019 und um plus 75.050 mehr als noch vor fünf Jahren. Der vermehrte, sicherlich auch pandemiegetriebene Wunsch nach einem Haus mit eigenem Grün war besonders stark ausgeprägt und hat den Preis mitunter beeinflusst. Der Immobilienmarkt ist somit seit vielen Jahren ein stabiler Wachstumsmarkt. Das bietet in herausfordernden Zeiten auch sichere Jobchancen. RE-MAX ist einer der beliebtesten Arbeitgeber in Österreich. Das hat das Institut für Management und Wirtschaftsforschung gemeinsam mit einer PR-Agentur und dem Kurier in einer Studie erhoben. Mehr dazu gibt es jetzt. Unter 2400 untersuchten Betrieben mit mehr als 100 Mitarbeitern wurde RE-MAX zu einem der beliebtesten Arbeitgeber in Österreich gekürt und zählt somit auch zu den meistgeschätzten Arbeitgebern. In dieser Studie wurden Nennungen und Kommentare zur Unternehmenskultur über den Arbeitgeber, zur Familienfreundlichkeit sowie zu den Bereichen Karriere und Gehalt ausgeweitet. Dabei hat der Immobiliendienstleister gut abgeschnitten. Aktuell arbeiten 600 Immobilienmaklerinnen und Makler und in Summe ca. 800 Menschen unter der Marke RE-MAX in Österreich und die Wachstumspläne sind weiterhin ambitioniert. Gerade in unsicheren Zeiten in so mancher Branche gibt der Immobiliensektor mit beständigen Werten Sicherheit. Neben neuen Bürostandorten in ganz Österreich bietet sich in nächster Zeit noch für mindestens 100 Immobilienmaklerinnen und Makler die Chance bei der Nummer 1. Dabei sind Quereinsteiger ebenso gerne willkommen wie branchenerfahrene Profis. Die vielen Vorteile des bekannten Immobilienmaklerunternehmens bedeuten für alle ein optimales Berufsumfeld. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen und Interesse an einer fundierten Ausbildung im Immobilienbereich haben, dann finden Sie alle Informationen dazu unter www.remax.at. Als Kunde und Mitarbeiter ist man beim Marktführer gut aufgehoben. Es wurde nämlich erneut fachgerecht bestätigt, wie schon die letzten Jahre auch, ist RE-MAX laut Immobilienmagazin die klare Nummer 1 und bei den Immobilien vermitteln. Und das mit Abstand erfolgreichste Immobilien-Franchise-System in Österreich. RE-MAX konnte im Jahr 2020 österreichweit über 10.000 Kunden bei deren Immobilientransaktionen mit einem Gesamtwert von 1.725.000.000 Euro begleiten. Laut Immobilienmagazin liegt RE-MAX beim erzielten Honorarvolumen auch weit vor anderen bekannten heimischen Maklerunternehmen. In Anbetracht der Herausforderungen im Jahr 2020 freut sich RE-MAX über diesen Erfolg. Die Anstrengungen der letzten Jahre im Bereich der Digitalisierung sind dem Maklernetzwerk im Vorjahr sehr entgegengekommen. RE-MAX-Kunden profitierten von den zahlreichen Tools wie zum Beispiel Online-Besichtigungen oder 360-Grad-Rundgängen, Objektvideos und von Beratungen über Videocalls. Auch die Möglichkeit der Online-Terminbuchung für Immobilienbesichtigungen erfreute sich hoher Nutzung. Mit DAVE, dem ersten digitalen Angebotsverfahren in Österreich, war es für Makler und Kunden trotz Lockdowns möglich, Kaufangebote entgegenzunehmen bzw. abzugeben und die Immobilienvermittlung kontaktlos abzuwickeln. Alles bestehende Services, die gerade in diesen Zeiten einen unmittelbaren echten Mehrwert bieten und die auch dementsprechend gut angenommen werden. Das waren Sie, die neuesten Informationen über RE-MAX und den heimischen Immobilienmarkt. Schön, dass Sie dabei waren und ich freue mich jetzt schon, Sie nach dem Sommer bei der nächsten Ausgabe im September wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, einen schönen Sommer und auf Wiederschauen.